so die ganzen kisten die lassen wir mal nach toll der augenzeuge ist weg nun gut kommt so auf dem weg dahin da schalten wir noch mal ein paar dinger frei haben ein schneiderlein ein tapferes schneiderlein schubidu diese stiefel sind so wartet ich habe hier etwas das euch viel besser stehen wird was hast du gegen meine stiefel obwohl wisst ihr was wir machen wir machen jetzt mal wieder kleine einfahren und dann das agerisch silber das ist ja weiß indigo kobold bis in tisch ist rot königliches violett goldfarben marmor kupfer bernstein asch mhm ach komm nennen wir den silbernen jetzt sind wir der silberne ranger jaja oh power rangers kennt ihr das auch noch eine neue korrektion behehrt mich wieder mein herr hier sind jetzt cool aus obwohl es nicht so ganz sichtbar aber egal die 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 power rangers kennt ihr auch noch jemand wollte ich gerade fragen ich meine ähm hier noch die ganz alten serien mit 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 den dinosaurier dino sorts heißen die ja diese worten riesen roboter ich kümmere mich um euch alle ja alles klar genau die hießen sorts und ähm da gab es glaube ich ein warum sind die zwei nackt die drei sogar hilfe ah hier aha augenzeuge macht dem mal kalt ach ii so äh 800 meter ähm dann machen wir das eben so wir gehen in die stellreise Wo müssen wir denn hin? Ach, da oben. Nee. Nee. Unterschlupf. Was sind hier? Renderprozess bei 91%. Boah, dauert das lange, während ich auch im Aufnehmen bin. Aber ich hoffe, das klappt so. Auch die Ladezeiten sind ziemlich lange. Ähm, wenn es jetzt zu lange dauert, ich kürze sie mal eben ab. Ne? Ah, da sind wir wieder. So. Äh. Die Masjaf-Schlüssel. Ich habe so ein bisschen Sorge, was passieren könnte. Sammeln sie die Masjaf-Schlüssel für den Austausch ein und bringen sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Sophia retten, bevor sie die Hälfte ihrer Gesundheit verlebt. Was? Äh, wie? Moment. Jetzt haben wir alle Schlüssel. Sind doch keinen Schritt weiter. Was sind sie denn Brüder finden, um den Austausch, um sich für den Austausch beschützen zu lassen? Gut. Boah, ist das leise hier gerade. Wir haben 12.000 Aksche. Jetzt weiß ich auch, wie die Währung heißt. Hm, noch ein Augenzeug, ja, cool. Dann lasse ich auch mal ein bisschen ermorden. Jetzt kennen die mich nämlich nicht mehr. Ist nun wieder geil. Ups. Was war das denn gerade? Ich hoffe, die wurden jetzt nicht abgeballert. Äh. Oh, Jungs. Moment. Pass auf. Ich helfe. Oder? Ich helfe euch mal. Das ist der Typ mit der Knabbe. Da. Ich gebe Fersengeld. Jups. Okay. Nein, meine Damen, bitte. Ähm. Ich, äh, habe keine Zeit. Äh. Und die Bettler. Ich habe, was ihr braucht. Die haben es manchmal auch nicht leicht. So, Apotheker bedarf. Ich brauche Medizin. Ja. Äh. Schnelle mir irgendeines Gift. Ist voll. Schnelle mir irgendeines Gift. Ist auch nochmal voll. Ja, alles klar. Sieht schon stärker aus. Ach, wir sind ja gleich... Oh. Da ist die ganze Riege schon versammelt. Okay. Leute, jetzt geht's los. Oh, der Friedhof. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Jusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren. So wie Jusuf es mit Leidenschaft tat, es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Positionen um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Boah, Alter, ich habe gerade Gänsehaut. Okay. Jetzt geht's los. Ich hoffe mal, das klappt. Ach, da oben müssen wir hin. Ich hoffe, Sophia geht's gut. Sonst bist du schneller tot, als du im Kiepser an kannst. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Hm. Sie gehört euch. Ach du Scheiße. Oh, den Turm beklimmen. Den Turm beklimmen. Wo ist der Turm? Da. Oh, Alter! Wie soll man das denn schaffen? Ja, ich mein, toll. Mit dieser tollen Schnappertechnik geht das, aber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah, spring. Los, klettern, Ezio. Klettern. Hup. Komm her. Sophia, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ah, wo muss ich hin? So viel das Gesundheit, ja. Da! Oh, komm. Lauf, 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 lauf. Haben wir es noch geschafft? Ups. Na toll, jetzt gibt es wieder so eine Kutschfahrt. GTA-Style. Na super. Yes! Hälfte der Gesundheit. Yes! Ich wusste doch, ich musste bis zur Hälfte schaffen. Oh, cool. Na, in circa drei Minuten ist auch das Rendern fertig. Oh, endlich. Und ich bin gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Ahmed verlässt die Stadt mit fünf Masjafschuss. Mit den fünf Masjafschuss. Fangen Sie ihn, bevor er kommt. 20 Wachen eliminieren. Oh, super. Boah. Krass. Oh, nö, weißt du. Nein, 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 die Scheiße. Ich kann doch nicht irgendwie was machen. Oh, wie ging das denn mal? Ich muss sie... Ah ja, genau. Ich muss sie da rein gehen. Boah, das wird jetzt spannend. Boah, das wird jetzt spannend. Boah, das wird jetzt spannend. Boah! Boah! Oh, das war knapp. Ich hab schon... Ich hab schon Langes bekommen. Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleib stark. Natürlich. Uff. Oh nein. Uiuiuiuiui. Uiuiui. 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 Alter. Au. Au. Shit. Ah, cool. Nein. Scheiße. Ah, Mist. Ich muss lenken. Uiuiuiui. Uiuiui. 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 Entschuldigung. Vergebt mir. Sophia. Ihr müsst aufpassen. Ich weiß. Ich kann mich aber nehmen bei nur heilen. Hilfe. Seid bereit, Sophia. Wer soll da? Na klar. So. Hup. Schlitz. Schütz. jetzt weiter. Gut. Jetzt sind wir. Nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Oha. Aus. Au. Au. Freunde. Autsch. Au. Nochmal. Au. Scheiße. Hallo? Oh, ich spiele gar scheiße zusammen. Ach, komm. Schnapp dir mal ein. Weg von der Straße. Was tut ihr denn? Ich halte uns auf dem Weg. Au. Aus. Au. Scheiße. Ich kann da auch nur hoch und rund. Au. 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 Ach, du Scheiße. Oh, Mädel, was machst du da? Ah, 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 ah. Oh, der Entschlossenheit wäre fast charmant. Wenn sie nicht so lauterlich wäre. Oh, ich muss doch... Ach so. So, die Rieße. Au. Wand. Ja. Das war. Vielen Dank.